Im heutigen Video haben wir drei große Themen. Wir schauen uns den Rino Ceronte Nerf, den Progetto 71 Nerf und eine Vorhersageprognose, was denn mit diesen beiden Fahrzeugen passieren wird. Und ich möchte euch gar nicht weit oder lange aufhalten, dann springen wir doch gleich mal in den Rino Ceronte Nerf. Nun, dieser Nerf war an und für sich für mich ziemlich vorhersehbar. Das Fahrzeug sah einfach ein bisschen zu stark aus für das, was es zu bieten hat. Eben diesen Dreischuss-Auto-Reloader mit einer verbesserten Auto-Reloading-Funktion und halt einfach der Fakt, dass er höchstwahrscheinlich ziemlich schnell und auch nicht schlechte Panserung haben kann. Und vor allem auch, guckt es euch an, wo sind denn da die Kuppeln? Ein allgemeines Thema, was durch alle höchstufigen italienischen Fahrzeuge durchgeht. Nun, was wurde denn am Rino Ceronte verändert? Das erste, was geändert worden ist, ist die Einzelzeit. Die Nachladezeit wurde von 1,5 aufgerundet auf 1,7 Sekunden erhöht und die Nachladezeit im Magazin selber wurde von 3 auf 4 Sekunden erhöht. Heißt nun, dass ihr jetzt nicht mehr in 6 Sekunden 1470 Schaden machen könnt, in der Theorie, sondern nur noch in 8 Sekunden, obwohl man hier immer noch sagen muss, nur noch. Ich habe ein paar Leute schon gesehen, die sagen, das ist nicht eine gute Sache, das nimmt ja den ganzen Spaß von diesem Fahrzeug weg. Und wir dürfen nicht vergessen, im High-Tier-Bereich, also 10er versus 10er, sind jetzt vielleicht diese 6 Sekunden für 1470 Alpha nicht gerade so schlimm. Aber überlegt euch mal, wie toll es sein muss für ein mittelstufiges Fahrzeug der Stufe 8 oder ein Heavy der Stufe 8, der einfach mal kurz in 6 Sekunden weggefrühstückt wird. Das ist natürlich dann nicht mehr ganz so lustig und das kann natürlich dann ordentlich auch zu Frustrationen führen. Ja, allgemein, ich habe ja schon ein bisschen dafür Werbung gemacht, dass ich eigentlich 4 Sekunden gut finde, weil wir dürfen nicht vergessen, das sind immer noch Heavys. Das sind jetzt keine Mets, die noch mehr rumspringen können und nicht mit ohne Panzerung brillieren müssen. Diese Fahrzeuge werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gute Werte haben bei der Panzerung. Ich habe aber auch gesagt, dass wenn sie schon die 4 Sekunden aufstocken beim Interclip, was eben eine gute Sache ist, dass sie eventuell sich überlegen sollten, die Nachladezeit des ganzen Clips vielleicht um insgesamt 2 bis 1 Sekunde zu verringern. Jedoch Wargaming hat das anders gesehen. Der erste Schuss, den man nachlädt, der lädt jetzt eine Sekunde länger nach. Der zweite Schuss in eurem Magazin, der braucht auch eine Sekunde länger. Und der letzte Schuss, also der, der eigentlich euren maßstäblichen oder maßgeblichen DPM ist, der bleibt bestehen bei 14,39 Sekunden Nachladezeit. Heißt also, wir haben immer noch diesen 2000er DPM. Und da muss ich sagen, finde ich jetzt persönlich ein bisschen schade, dass man da sich jetzt nicht überlegt hat, Jo, vielleicht gibt man dann halt dem ersten und dem zweiten Schuss das, der ins Magazin kommt. AK, die Schüsse, die am längsten brauchen zum Nachladen. Eine schnellere Nachladezeit. Dazu wurden noch die Geschossgeschwindigkeiten von der AP, von der HEAT und von der HE ein bisschen angepasst. Also AP ist ganz minim langsamer geworden, HEAT ein bisschen mehr. Und HASH ist ziemlich viel schneller geworden. Was sich aber noch verändert hat, sind die Softstats. Und die sind ordentlich verändert worden. Von 0,18 auf 0,22 sowie von 0,10 auf 0,14. Heißt also, das Ding wird jetzt nicht mehr ganz so geil sein im Snappen. Aber wir dürfen immer noch nicht vergessen, 1,6 Sekunden Einzielzeit. Heißt also, wir haben ungefähr um die 2,5 bis 3 Sekunden Max Einzielzeit, wenn ihr voller Fahrt auf die Bremsen drückt, Turm noch gedreht habt und dann richtig einzielt. Ja, nun, diese Änderungen. Wir müssen zuerst mal dieses Fahrzeug definitiv spielen können. Und ich sage immer noch gerne, dass Wargaming einfach im Kopf halten soll, dass, ja, dass sie schnell sein sollen beim Balancing. Nicht einfach zwei Jahre oder so oder ein Jahr warten. Also ein halbes Jahr ist wirklich das Maximum. Vor allem, wenn dieses Fahrzeug sich dann herausstellt, dass es wirklich extrem broken sein könnte. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass der Fokus halt da ein bisschen jetzt auf noch längere Nachladezeit gebaut worden ist. Eben, wenn man jetzt hier im Deep Reload ist, wie wir sehr oft das sagen. Das finde ich halt jetzt nicht gerade so, so nice. Also, dass es beides angepasst worden ist. Also, wie gesagt, die Interclip-Nachladezeit finde ich eine super Sache. Aber, dass die Nachladezeit nochmal da angepasst worden ist von den zweiten Clips, da bin ich nicht ein großer Fan davon. Also, vom zweiten und vom ersten Schuss, die geladen werden. Also, die hätten von mir aus eigentlich eine halbe Sekunde schneller sein können, wenn wir ja jetzt eine längere Interclip-Nachladezeit haben. Was ich natürlich auch noch anmerken möchte, und das finde ich auch ein bisschen verwirrend oder irritierend, wenn ihr überlegt, dass der Stufe 9er mit seiner 400 Alpha Kanone einen besseren Max-DPM hat von 2182, so weit ich es noch im Kopf habe, als der Rino Geronte, welcher bei 2000 liegt. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass man da gar nicht mehr so einen riesen Upgrade hat. Klar, man hat einen höheren Alpha. Aber, ja, trotzdem, ich finde es gut, dass diese vier Sekunden sich jetzt etablieren, eventuell, und nicht angepasst werden. Sehen wir dann. Es ist ja alles noch im Supertest. Ja, ich bin gespannt, wie dieses Fahrzeug sich fahren wird und wann es denn ganz genau kommt. Aber jetzt sprechen wir nochmal kurz über den Progetto 71, den Stufe 8er Premium. Da wurde ja auch ganz, ganz wenig angepasst. Wir haben ja ein Video dazu gemacht gehabt, wo ich das ein bisschen analysiert habe, Deep Analysis von diesem Fahrzeug, und ich bin zur Konklusion gekommen, dass der DPM leider ein bisschen too much ist mit dem ganzen Teil zusammen. Also, alles hat alles irgendwie im guten Bereich, abgesehen von den Kanonen-Soft-Stats. Und da habe ich gesagt, eigentlich sollten sie doch lieber den DPM ein bisschen anpassen, dafür aber nicht zu schlechte Kanonen-Stats lassen. Leider macht Wargaming hier komplett das Gegenteil. Sie, ja, sie machen hier die Genauigkeit während der Fahrt nochmal ein bisschen schlechter, also von 0,23 auf 0,26. Und das wird man definitiv merken, heißt also, dass dieses Fahrzeug während der Fahrt ein sehr, 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 sehr schlechter Snapper sein wird. Und wie schon angemerkt, ich finde das ein bisschen schade, es ist nie lustig, mit einer Kanone zu spielen, die extrem frustrierend ist, zu benutzen. Weil, ja, da merkt man dann halt leider das RNG noch mehr. Und das ist halt für mich persönlich, und das ist auch etwas, was mir oft aufgefallen ist, dass mich dann das extrem frustriert, oder? Wenn ihr wirklich ein gutes Aim habt oder gut auf den Gegner zielt und vielleicht jetzt nicht voll eingezielt wart und ich schieße da einfach runter und der Schuss geht halt nach Valhalla, weil halt der Kreis so ist, wenn er halt so sein könnte. Das sind halt so Sachen, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich hätte jetzt lieber da halt wirklich ein bisschen was an der DPM, vielleicht sogar ein Clipppotenzial weggenommen, eben anstatt 3 Sekunden halt 3,5 Sekunden und halt eventuell sogar die Genauigkeitswerte der Kanone vielleicht sogar ein bisschen angepasst, sogar ein bisschen verbessert. Wir dürfen nicht vergessen, diese Fahrzeuge haben immer noch einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Doppelrohrern. Ja, die Doppelrohrer, die haben immer die gleiche Nachladezeit auf ihren Kanonen, aber sie brauchen 5 Sekunden, um zwischen den beiden Kanonen durchzuwechseln. Zumindest für den 9er und für den 10er war es so, soweit ich es im Kopf habe. Das ist immer noch ziemlich lange, während eben die bei 3 bis 4 Sekunden liegen. Und das ist natürlich schon nochmal ein bisschen was anderes. Ja, mal schauen, wie Wargaming das jetzt weiterentwickelt. Wir dürfen nicht vergessen, Update 1.10.1 kommt ja nächste Woche. Mit dem kommt der Progetto 71 in den Supertest. Ja, das sind so die Prognosen, denn wenn der Progetto jetzt schon kommt in den Supertest, könnte es gut sein, dass eventuell der Baum nicht lange weg bleibt. Also ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass der Baum mit Update 1.11 kommen wird. Und das Update 1.11 wird höchstwahrscheinlich das Weihnachtsupdate sein. Und das sind auch jetzt meine beiden Prognosen, die wir jetzt hier haben. Die Chancen sind sehr, sehr hoch, dass die Italian Heavies mit Update 1.11 aka dem Update für Weihnachten kommen werden. Einfach aus dem Grund, und das ist halt auch ein bisschen erfahrungswert, 2018 gab es halt die Schweden direkt auf Weihnachten hinzu. Macht ja auch Sinn. Weihnachten, viele Leute sind da zu Hause, viele Leute haben Ferien. Gut, jetzt mit Corona ist es so, dass so, dass noch mehr Leute zu Hause sind. Und da florieren halt solche Online-Spiele. Und das ist natürlich auch geil, wenn Wargaming für sie selber sagen kann, yo, jetzt wird die Werbetrommel angetrieben, es kommt ein neuer Baum mit einer super neuen Mechanik, ja, eigentlich nicht super Neues und so, und die Lootboxen mit super neuen Fahrzeugen, blabadibli, blabadibli, blabadibli. Also wird es wirklich Sinn machen, dass man so probiert, wieder Leute zurück ins Spiel zu kriegen. Soweit ich es im Kopf hatte, war das eigentlich auch für die Doppelrohrer geplant, aber sie kamen schlicht und ergreifend nicht mehr nach mit allem, was sie machen wollten. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, letztes Jahr war ja auch Halloween da ein bisschen, hoppla. Aber, ihr habt es jetzt gesehen, 2020, Halloween ist bereit und es sieht sehr interessant aus. Kudos an Wargaming für den sehr, sehr guten Trailer. Aber, wie sieht es mit dem Prochetto 71 aus? Und da habe ich jetzt schon zwei große Fronten gesehen an Spielern und Leuten, die da ziemlich, also wirklich laut ihre Meinungen gesagt haben. Die einen sagen, der Ding wird Lootboxen exklusiv und andere sagen, der wird ein Marathon-Panzer. Schauen wir uns die beiden Optionen an und probieren abzuwägen, ja, was ist denn logischer oder was könnte denn sein? Zuerst aber noch zur Prognose des Releases. Hier nochmal kurz als Vergleich. Update 1.9.17, wo ja die Schwedenfahrzeuge gekommen sind, war am 14.12. wurde dies dann released. Und gut, das war jetzt hier ein, Entschuldigung, das war jetzt ein Update für 2016, mein Fehler, aber es zeigt halt einfach schon, dass Wargaming probieren will, neue Fahrzeuge, neue Bäume genau eigentlich mit Update Release oder auf Weihnachten hin rauszukriegen. Das war eigentlich so das Beispiel, das mir noch im Kopf geblieben ist. So, jetzt zu den Prognosen der Lootboxen. Das ist also die Lootboxen-Exklusivität. Hier haben wir die Fahrzeuge, die wir jetzt, ähm, ja, hatten. Ne, letztes Jahr. Objekt 703 Version 2 und den E-75 TS. Vielen Leuten hat das nicht gepasst und ich finde das auch völlig so in Ordnung, dass das denen nicht passt, dass man diese Fahrzeuge hinter einer Gamble-Box an und für sich versteckt, oder? Vor allem, wenn man einen Baum, einen Panzer haben möchte, wie das 703, für den neuen Doppelrohrer-Baum, um eine Crew hochzutrainieren, muss man wirklich einfach entweder rein donaten, bis zum Gehtnichtmehr, oder extrem auf Glück hoffen. Und das ist genau das Gleiche mit dem T-77. Das ist eine wirklich schändliche und schlechte Praxis, meiner Meinung nach, für den Konsumenten, natürlich für die Firma, nicht. Definitiv nicht. Aber für den Konsumenten finde ich es natürlich ein bisschen eine schlechte Praxis. Und definitiv ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil die Doppelrohrer sind ja nach Weihnachten erst gekommen, also konnte man mit dem 703 Version 2 sich eine gute Crew hochtrainieren, zumindest für den Stufe 10er. Jedoch möchte ich hier einfach mal anmerken, dass, und das dürfen wir eben nicht vergessen, dass Wargaming ja selber gesagt hat, ups, wir haben ein bisschen, ja, eigentlich wollten wir die Doppelrohrer früherer bringen. Und das hat ja nicht funktioniert. Und darum muss ich mir jetzt ehrlich sein, wir dürfen nicht vergessen, der Cheezo 1008 kommt in den Server rein, ein einzigartiges Fahrzeug wie der 703 Version 2 oder der E-75 TS in der Hinsicht, ein Vierschuss-Autoloader TD von den Briten und das OPEC 274 A. Die beiden Fahrzeuge kommen mit Update 1.10.1 in den Supertest auf dem Live-Server. Also dort werden sie dann getestet von den Supertesten und auch eventuell von ein paar Wargaming-Mitarbeitern wie, keine Ahnung, die jetzt auch auf dem EU-Server arbeiten. Und das ist für mich zum Beispiel schon ein nicht schlechtes Zeichen, dass eventuell diese Fahrzeuge vorbereitet werden für halt diesen Weihnachts-Self, für diese Lootbox-Exklusivität. Wir haben eben dieses Fahrzeug, das extrem einzigartig ist und wir haben das Mini-430U, welches ein Russenpanzer ist. Wir dürfen nicht vergessen, Wargaming als weißrussische Firma hat immer noch einen riesen Marktanteil im russischen Bereich. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich denken, jo, in diesen Boxen muss mindestens ein neuer russisches Panzerchen drin sein. Und, das möchte ich auch gerne anmerken, das war auch schon mit 2018 so, IS-3A, komplett neu reinterpretiert mit dem Auto-Reloader, und wurde dann dort als erstes in dieser neuen Form dann in den Lootboxen verkauft. Ja, ich persönlich tendiere eher dazu, dass diese beiden Fahrzeuge die Lootbox-Exklusiven Fahrzeuge sein werden. Denn, ich setze mein persönliches Geld auf diese Variante, dass es ein Marathon-Panzer wird. Wieso denn das? Es ist halt einfach so, dass man gut und gerne abschätzen kann, dass Wargaming eigentlich pro Jahr drei Marathon macht. Einer im Frühling, einer im Sommer und einer dann auf dem Winter zu. Und der Renegade ist wirklich ja das perfekte Beispiel. 2019, am 29. November hat es angefangen mit dem Renegade und am 9. Dezember war es vorbei. Und würde das nicht extrem viel Sinn machen? Wargaming platzt jetzt schon mit dem Progetto 71 in den Test-Server rein. Das ist jetzt ein Test-Server-Files, wir haben das schon angeschaut, wie schon angemerkt, und der wird jetzt getestet. Und mit Update 1.9.1 sind der CS52-Liz sowie der T77 reingekommen und die sind ja dann jetzt auch schon als Premiums released worden. Also das ging eigentlich auch noch ordentlich schnell. Und ich kann mir einfach gut vorstellen, dass diese Variante hier für Wargaming eine viel, viel bessere Option wäre, weil dann klatscht man diese spezielleren Fahrzeuge in den Boxen rein und sagt, yo Leute, ihr habt alle eine Chance, diesen neuen Auto-Reloader-Progetto euch zu erspielen. Der wird perfekt sein für den neuen Baum. Und das wird natürlich auch ein bisschen Hype generieren für den neuen Baum und eventuell noch mal ein paar Spieler wieder zurückbringen. Und eben da ja wir jetzt nicht wissen, was könnte denn ein neuer Marathon-Panzer werden für den Winter, es ist halt einfach für mich so, es sieht stark nach einem Progetto aus. Es sieht einfach wirklich, wirklich stark für einen Progetto aus. Das letzte Mal hatten wir auch schon den EBR 75-FL-10ers-Marathon, den Burraskas-Marathon und TS5. Das waren alles so in diesem Zeitspektrum, eben Sommer, Sommer, Winter und auch Frühling in dieser Zeitspanne drum. Aber wie gesagt, das sind reine Prognosen, reine Vorhersagen und reines Interpretieren von Dingen, die Wargaming uns nicht sagt. Und darum komme ich jetzt auch zum Ende des Videos zur Konklusion und möchte sagen, nehmt jetzt alles, was ich hier gesagt habe, mit ein bisschen Vernunft auf. Also nichts, das ich jetzt hier sage, ist jetzt wahr oder so. Es ist einfach das, was ich persönlich rein interpretiere, an was Wargaming bis jetzt gemacht hat und vor allem aber auch, wie Wargaming solche Sachen bis jetzt halt gehandhabt hat. Und ja, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr persönlich für Ideen habt. Denkt ihr, dass der Progetto ein Lootbox-Panzer wird? Denkt ihr, dass der Progetto ein Marathon-Panzer wird? Probiert selber zu schreiben, ja, was denkt ihr davon? Oder was sind eure Basis oder Grund, ne, nicht Grund, Basis, ähm, sind eure Argumente dafür oder dagegen? Und natürlich, was haltet ihr vom Reno Ceronte und vom Progetto-Nerf? Denkt ihr, das sind angebracht? Denkt ihr, das ist ein bisschen too much? Also wie gesagt, ich finde, im Reno Ceronte-Nerf ist verständlich, vor allem die Interclip-Nachladezeit, aber ich finde halt, die gesamte Nachladezeit nochmal so hart, nochmal um eine Sekunde je zu verlängern oder zwei Sekunden insgesamt, finde ich ein bisschen happig. Aber, das ist immer noch super Test, da kann sich noch vieles ändern. Und ja, danke für mich fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr weiterhin up-to-date sein wollt mit euren wichtigsten World of Tanks und Warfare-Informationen. Danke für mich fürs Zuschauen und man sieht sich bis zum nächsten Video. Cheers, Leute! Cheers, Leute!